Hallo das ist meine Papierwaage. Hier kann man sehen wie ich das Gewicht in diesem Fall ein gebogenes Metallstück in die Waagschale lege. Hier habe ich dann 0,78 Gramm gegen Gewicht in die andere Waagschale gelegt. Jetzt kann man sehen dass die Waage perfekt gerade ist. Hier ist der Beleg dass das Metallstück nur 0,78 Gramm wiegt, daneben liegen auch die verwendeten Gewichte. Danke fürs Zuschauen, bitte bewerten und kommentieren.